Young Hearn ist real 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 behindert. Ich hab den danach im Grill Royale getroffen. Wir essen da, so und auf einmal kommt Dings vorbei, DJ Stickle, sein Produzent. Und so, hey Stickle was geht ab? Und so, ja, ja, was machst du hier? Ja, ich bin hier mit Young Hearn, Young Horn, or Hearn, oder wie? Huren. Ich so, echt, der ist da, cool, ja, ich sag ihm hallo. Also da hab ich gemerkt, der ist krank. Flair geht im Grill Royale, das ist mein Wohnzimmer, ja, in Berlin zu dir und sagt dir hallo. Dann musst du schon eigentlich Respekt geben. Ich sag nein. Der hat auf mich geschissen. Er sitzt so, er ist, ist so, jo, was geht? Und ich hab mich voll gefreut, ihn zu sehen, so. Das war wahrscheinlich der Fehler. Normalerweise hätte ich hingehen müssen und sagen, komm her, du kleiner Kek, was, dann gibst du mir kein Feature. Aber ich hab mich gefreut, ich seh ihn so, der sitzt da so mit so einer, irgend so einer, keiner, mit so einer Frau, so eine verrückte Modedesignerin. Und ich geh so, na, was machst du hier? Und er so, na, was soll ich hier machen? Ich esse. Und ich denk mir nur so, jo, wieso magst du das? Wieso sagst du das? Wieso bist du so gemein?